Mehrere Zehntausende waren am Neujahrstag in Hongkong auf die Straße gegangen, um gegen Regierungschef Leung Chunying zu protestieren. Zur gleichen Zeit gab es eine wesentlich kleinere Gegendemonstration, doch es ist fraglich, ob es sich dabei um wirkliche Unterstützer von Leung handelt. Denn es tauchte dieses Video im Internet auf, das zeigt, wie einige Unterstützer für ihre Teilnahme bezahlt wurden. Am Mittwoch berichteten Hongkongs Medien, dass die Gelder dazu vermutlich von diesem Mann kamen, Choi Ji-Fung, der stellvertretende Direktor für Öffentlichkeitsarbeit der New Territories Handelskammer. Die Hongkonger Zeitung Ming Pao berichtet von Verbindungen zum Festland. Mehrere frühere und derzeitige Mitglieder der Kammer seien in verschiedenen politischen Beiräten in China. Wir sind beunruhigt, dass Pekings Zentralbehörden Gruppen in Hongkong infiltrieren. Wenn sie das wirklich tun, dann sind das sogenannte Versprechen von ein Land, zwei Systeme und die Autonomie Hongkongs nur leere Worte. Der Neujahrsprotest gegen Leung Chunying forderte im Schwerpunkt dessen Rücktritt. Ein Immobilienskandal hatte seiner Integrität infrage gestellt. Zudem konnte Leung sich auch nicht von Anschuldigungen freimachen, enge Beziehungen zu den kommunistischen Behörden in Peking zu haben. Die New Territories Handelskammer hat auf den Vorwurf, Unterstützer für Leung gekauft zu haben, nicht reagiert. Für eine Stellungnahme war niemand zu erreichen. Die New Territories Handelskammer Untertitelung Drucks YouTube